Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen Samba Lele, ein Sommerlied aus Südamerika. Ladet euch die Note herunter, druckt sie aus und wer mitspielen möchte, kommt her an die Tasten. Das Lied steht in F-Dur, hat vorne ein B. Es hat insgesamt vier Zeilen zu je vier Takten. In allen vier Zeilen sind immer F-Akkord C7, C7 und F. F, C7, C7, F. Und in der dritten und vierten Zeilen genauso. Deshalb spielen wir in dem Lied zuerst die Akkorde und ihr seht, in der dritten Zeile, da beginnt der Kanon. Samba, 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 Lele. Und da wird auch in der linken Hand der Rhythmus etwas lebhafter. Doch, fangen wir an. Die erste Zeile beginnt mit dem F-Akkord. Im zweiten Takt C7, E, B, C. Im dritten Takt auch zweimal. Und im vierten Takt wieder F-Akkord. Die zweite Zeile geht genauso. F zweimal. C7. Nochmal C7. Und F. Bis dahin spielt die rechte Hand die Melodie. Der Daumen liegt auf dem F. F, F, A, C, A, F, E, B. Nochmal. 1, 1, 3, 5, 3, 1, 2. Und der vierte aufs B. Einmal etwas langsamer. 1, 2, 5, 3, 1, 2, 4. Ich spiele weiter in Takt 3. Der Daumen liegt auf dem E. E, B, E, E, F. A. Nochmal Takt 3 und 4. Der Daumen liegt auf dem E. E, E, B, E, E, F. A. Takt 5 und 6 ist identisch mit der ersten Linie. Takt 7 und 8 auffasst. Und es endet auf der ganzen Note F. Wir spielen von vorne die ersten 8 Takte. Und. Und. E, B, 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 E. Ihr spielt die Akkorde in der linken Hand dazu, das geht immer in den Takt 1, 2, 3, 4, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, das ist euer Tempo, es beginnt auf F und F, C7, noch mal C7, F, zweite Zeile, C7, C7, Drückt auf Pause und spielt die beiden Zeilen für euch ein paar Mal in langsamem Tempo. Wenn ihr soweit seid, dann geht es weiter, Takt 9. In Takt 9 hat die linke Hand einen anderen Rhythmus. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, das war Takt 9 und 10. Nochmal, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, und auf Föhnen, 1, 2, 3, 4, C7, 2, 3, 4. Takt 11 und 12 geht im Takt genauso, nur die Akkorde andersrum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wir spielen ab Tag 9, ihr spielt die Akkorde, ich die Melodie. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. Tag 13. Wenn ihr in Tag 9 nicht genau wisst, wann der zweite Akkord in der linken Hand kommt, einmal in Zeitlupe. Tag 9, 1, 2 und 3, 4. Auf die 1, beide Hände, nochmal Tag 9, 1. Jetzt rechts, links, rechts, rechts. Und dann 1 und 2 und 3, 4. 1, 2 und 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Schaltet auf Pause und spielt Tag 9 bis 16 für euch mindestens 10 Mal allein mit jeder Hand. Und dann zusammen. Das war jetzt Samba Lele mit dem Rhythmus. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2 und 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich verabschiede mich mit südamerikanischem Rhythmus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. 1, 2, 3, 5. 6. 7. 7. 8. 10.